Hey, Einti! Was geht? Ich bin Einti und willkommen zu einem neuen Video! Leute, ich habe heute eine richtig coole Idee und Einti auf dem End ist auf dem Server. Das heißt, wir können heute was richtig cooles zu dritt machen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal zu Einti rüber. Einti, was geht? Hä? Warum liegt dir so viel Geld? Einti! Und bis zum nächsten Video, Freunde! Einti, bei dir läuft es ja richtig. Was machst du? Ja, ich mache ein paar Videos für die Fans und alles. Warum hast du kein Lambo? Ja, klar. Da macht jeder gute YouTuber, oder? Ja, das stimmt. Oha, Junge, darf ich das gleich geben und sehen, was hier rumliegt. Ach, das ist eh nur ein Kleingeld für mich. Okay, dann ist ja gut. Soll wir Einti auch wohl gehen? Was ist denn da los? Ich habe heute eine richtig coole Idee, was wir gleich machen könnten. Aber lass erst mal zu Einti gehen. Wo ist Einti? Einti, was geht? Was geht? Was geht, Einti? Geh weg vom Handy. Hä? Was geht? Was geht? Leute, ich habe heute eine richtig coole Idee. Hä? Was? Und zwar könnten wir heute campen gehen. Habt ihr Lust? Habe ich lange nicht mehr gemacht. Ja, Mann! Es wird ja eh gerade wieder warm und so. Deswegen, let's go! Ich weiß auch schon, wo. Ich kann einen richtig guten Ort, Freunde. Kommt nicht! Hä? Ist so campigst du ab dabei? Ich hab gar nichts mehr. Ja, wir haben da schon richtig viele Sachen. Ihr werdet sehen. Wir sind schon fast da, Freunde! Ja, Mann! Alter, ich freu mich schon richtig auf das Eis. Das ist mir auch versprochen. Das ist einfach so. Äh, Eis! Ja, genau, Alter, das ist Eis, Mann! Äh, was ist? Draußen liegt überall Eis. Das könnt ihr essen. Guck mal, was wir haben in den Kisten. Guck mal! Oha! Wow! Oh, richtig viele Eintens. Jungs, Alter, was haben wir alles? Das ist nämlich schon mal... Wie ist er endlich? Ich nehm mal eure Blöcke raus und so in eurer Farbe. Ich hab hier von ihm hier ein. So eine Waffe muss ich nehmen. Warum eigentlich Waffen? Hä? Hä, Alter, wie sollst du? Hä? Was? Alter, da aufmachen wir uns, Jungs! Wieso haben wir eigentlich Waffen? Hä? Die waren eigentlich nicht geplant. Aber hier, falls da ein Bär auftaucht oder so bestimmt. Ah, genau! Ach so, Alter! Genau, hier ist so viel dazu. Hier könnten viele Tiere rumlaufen und so gefährlich hier auch. Oh, da ist dann ein Einti auf, Alter! Okay, wo sollen wir die Base hinbauen? Sollen wir mal hier nach hinten gehen oder sollen wir direkt hier? Weil hier gehen ja noch Menschen rum. Alle können den Seh zubauen und alles mit dem Lücken auch. Warte mal, ich guck mal, vielleicht gibt es die noch einen cooleren Ort. Und lass doch hier, hier ist ganz viel Platz. Wir können hier eine Base bauen. Ja, ihr habt perfekt, Alter! So, stellt mal eure Zelte auf. Ich schläge meins hier auf. So, warte. Und so. Ich will nicht neben Einti, Alter. Ich will auch nicht neben Einti. Hä? Jungs, der pumpst nicht mehr nachts voll. Ist so. Und wir haben einen Schlafsack direkt vor eurem Zelt. Nein, bitte nicht, Einti, bitte. Bitte irgendwo anders hier. Kannst du rückwärm. Ja, Leute, ich mach Zeit vor meinem Zelt, Alter. Wo ist meins? Hier ist mein Schlafsack. So, mach ich auch hier hin. Dann können wir uns Geschichten erzählen oder so. Einfach am Lagerfeuer sitzen und entspannen. So, Lagerfeuer ist hier. Nice. Dann müssen wir auch immer schön warm. Oh, Alter! Wir können eins essen. Ja, Mann! Nein, Mann! Wir können uns sitzen und einfach entspannen, Freunde. Ich mach das nicht. Ich geh nach hinten, sonst fängt es an, anzuzünden. Kann man sich da auch draufsetzen? Ja, das geht. Oha, dann können wir uns hier krass Geschichten erzählen und so. Richtig gut. Aber sollen wir warten, bis es dunkel wird? Ja, wir können auch noch ein paar Marschmülls grillen oder so. Leute, ich hab gerade einen Anruf bekommen. Was denn? Oh, ich bin anruft. Junge, meine Oma hat mich gerade angerufen. Alter, wir wissen, wir sind noch kämpfen, Alter. Da läuft ein Killer draußen rum, Junge. In der Stadt. Ja, aber safe ist es dunkelbar, Alter. Ein Killer ist wieder in der Stadt. Ja, Alter. Ja, Alter. Der war damit auch schon da. Nein, ist er wieder zurück, oder was? Safe, Alter. Oh, nein. Da müssen wir ein bisschen sichere Base bauen, oder? Ja, Junge, wir müssen unsere Caps sicher bauen, Alter. Lass das Cap einfach so stehen. Ich würde sagen, wir bauen hier einfach direkt nebenan noch so eine OP-Base. Ja, so, Alter. Da können wir auch reinflüchten. Ist so, da wird der niemals reinkommen. Falls er kommt, hat er eh keine Chance gegen uns. So, wie groß brauchen wir die? Wir können doch einfach die Zelte zubauen, Leute. Ja, das ist so. Nein, wir müssen doch die Natur genießen. Aber wir bauen hier jetzt einfach mal ein riesen OP-Haus, so. Warum ist er so klein? Hey, Junge, das ist ja voll ein Winnie, Alter. Egal, reicht. Ich habe eine Idee, jetzt aber nicht einfach die Zelte wegmachen. Und da, das macht man aber ernst. Nein. Wir kriegen das hier schon hin. Das ist ja nur für die Sicherheit. Da gehen wir nur in den Notfall rein. Wir wollen ja eigentlich draußen campen. Du hast völlig gerecht, Alter. Ja, Mann. Das stimmt. Ich habe die Ange zu zweifeln, Alter. Danke, Freunde. Seid die Bestin. Alter, mach mal Platz in die Tür rein. Oh, oh. Oh, sehr schön. Jetzt haben wir schon so eine Art Sicherheits-Tür. Jo, wie krass, Alter. Schau mal, haben wir wirklich eine OP-Tür? Oha, Junge. Die ist richtig OP. Warte, kann ich... Oha, die ist richtig krass, glaube ich. Ich denke, guck mal nicht mal so einfach auf. Mit dem Holz können wir doch unsere Base einfach tanern, Alter, so, dass es aussieht wie ein Baum. Oha, ist so. Richtig gute Idee, Mann. Ich mache hier noch was Schönes, Leute. Weil hier auch kein Killer reinkommt. Jo, der Killer wird gar nicht wissen, dass es eine OP-Base ist. Einfach kümmer nach vorne. Ich kann hier noch was gemacht haben, wenn der nicht reinkommt. Ich guck mal. Was steht da? Kein Zutritt für Killer. Wow. Ich glaube, der wird hier niemals reingehen, oder? Der darf der ja auch gar nicht dann. Loll. Okay, dann wird der, glaube ich, niemals reinkommen. Ja, das ist dann verboten, Alter. Ist so. Habt ihr vielleicht noch Fenster mit? Ich habe noch ein paar in der Tasche. Warte, ich habe hier noch ganz viel Essen mit. Das können wir hier auch hinlegen. Geld war zu Süßkramm ganz viel. Und Brot. Habe ich hier noch Cola. Die Cola ist für mich. So, ähm. Hey, was? Was? Ich habe nur eine, leider. Boah, ich habe sogar eine Videokamera. Dann können wir alles filmen, falls irgendwas passiert. Ja, und hier könnte was grillen noch. So, warte. Ich stelle die mal auf. So, hier. Damit man hier alles sehen kann. Perfekt. Falls ihr jetzt kommt, haben wir alles auf Video. Oh, Leute. Es wird schon langsam dunkel. Guck mal. Hä? Ja, Mann. Nimmt eure Marshmallows raus. Wir müssen abhören zum Grillen. Boah, ich habe Marshmallows. Wir brauchen dafür auch Sticks, oder nicht? Wir brauchen Stücke. Oh, das stimmt. Dann lassen wir ein paar Bäume fällen, Jungs. Ja, wir haben auch noch ganz viel Holz. Ich mache daraus schon Sticks. So, warte. Für dich, Aiti, für Ente. Danke, Mann. Jetzt können wir schön die Marshmallows kriegen. Ente ist nicht hinterm Laser grillen, Alter. Oh, du bist ja voll dunkel jetzt schon geworden. Leute. Leute, ich habe Angst, Alter. Ich traue mich gar nicht mehr. Aber wir wollten doch kämpfen, Freunde. Wir können doch trotzdem besitzen, oder? Junge, das ist mir zu gefährlich, Alter. Was ist, wenn der kommt? Nicht, dass er auf einmal von hinten kommt oder so. Das wäre viel zu gefährlich. Ja, Junge, selbst Aiti hat Angst, Alter. Ich habe gerade einen Anruf gekriegt, Leute. Ich muss raus, Entschuldigung. Aiti, bleib hier. Bleib bei uns. Aiti, bleib doch da. Okay, wir brauchen dich. Leute, wirklich, komm, brauchen wir einen Kumpel, der uns helfen kann. So, warte, was habe ich hier? Leute, sollen wir jetzt in der Base bleiben, oder was? Ja, ich hab einen, Junge. Oh. Er ist mir sicherer. Ich glaube, ich höre was. Ich glaube, ich höre was. Moment, habe ich das? Ich glaube, ich höre Schritte. Oh, oh, oh. Entschuldigung, Junge. Ja. Komm mal raus, ganz kurz, okay? Ja, guck. Okay. Aiti. Aiti, komm zurück. Aiti. Nein. Wo ist der hin? Sollen wir gucken gehen, was mit Aiti ist? Ja, Alter. Oh, nimm die Waffe in die Hand, nimm die Waffe in die Hand. So, ich mach mal auf und. Hä? Was? Hä? Aiti. Überraschend. Jungs. Wir haben einen frischen Döner mitgebracht von Ali. Wow. Oha, danke, meine Ali. Du bist der Wester. Oha. Das ist echt der Wester. Der hat einfach Döner gebracht. Was ein Ehrenmann. Der ist ja richtig cool. Ich hab mir gedacht, der Killer hat sich geholt. Ich hätte auch schon gedacht, dass der Killer kommt. Hä? Was für ein Killer? Leute, da vorne. Was ist das? Hä? Was ist das, Alter? Wer ist das? Leute? Hä? Der macht mir richtig viel Schaden. Der hat mich vergiftet. Der hat mich vergiftet. Leute, Leute, greift mich an. Geht schnell in die Base. In die Base kann er nicht rein. Komm, Freunde. Ali, komm bitte, Alter. Los, komm in die Base, in die Base. Ich glaub, da kann er gar nicht rein. Oh, mein Gott, Leute. Oh, mein Gott. Das steht da vorne, das steht da vorne. So, er hat Zutritt verboten. Wenn er das Schild liest, dann darf er eigentlich gar nicht mehr reingehen. Denkst du, das juckt den? Ich weiß nicht. Ey, wieso geht die Base auf? Ah, ist nicht an. Ich hab nicht an den Knapp. Ali, auf zu essen, Mann. Ja, das ist nicht gesund. Warte, ich guck mal. Oh nein, der steht da immer noch, Leute. Guck mal. Oh, oh. Oh, macht sie zu, macht sie zu. Ey, die Tür geht auf. Ali, auf damit. Oh, oh. Leute, ich glaube, wir müssen den fertig machen gehen, oder? Ja, aber macht den fertig. Ja, der klatscht den. Ich versuche, den anzugreifen. Komm her. Oh, der zieht mir zu viel Leben. Leute, helft mir. Leute, ich will den Gewehr. Wow. Der war ja richtig krass. Oh, war richtig der Duhm, Alter. War immer so stark, Leute. Aber der hat mich vergiftet. Ich hoffe, die Vergiftung bleibt jetzt nicht. Ich hoffe, ich kriege jetzt ein paar Stunden irgendwie nicht Bauchschmerzen oder so. Oh mein Gott. Aber ich glaube, wir haben mich schon besiegt, oder? So schnell. Jo, easy, Alter. Ja, schau. War ja gar kein Problem. Geht's Ali gut? Ali, ich hoffe, dir geht's gut. Also, Leute. Lasst einen Like, dann lasst einen Abon, dann würde ich das Video gefallen. Dann schaut bei Eti vorbei und bei Ali. Und dann würde ich sagen, hey, Tschüss. Tschüss.